WELCOME TO COLD WATER CHALLENGE 2014 Danke an das THT Bad Oeynhausen für die Nominierung. Wir nehmen die Challenge an. Was fliegt denn an? COLD WATER CHALLENGE 2014, da fahren wir jetzt aber nicht noch hin. Leitstühle Lippe vom Flügel extra Teil 4 kommen. Ja, die Löschgruppe Almenar fährt nicht zur COLD WATER CHALLENGE 2014. Wir sind urlaubsreif, ich melde die Löschgruppe Almenar ab. Ende. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Kein Einsatz. Sehr, sehr geiler Urlaub. Supergeil. Sehr geile Löschgruppe Almenar. Untertitelung. BR 2018 Wir nominieren für die Cold Water Challenge 2014 die Ausbildungsgemeinschaft der Werkfeuerwehr Lebenshilfe und OEi-Glaspark in Rinteln, die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Rinteln und die Freiwillige Feuerwehr Wuppertal-Frohrwinkel, weil ihr so sehr, sehr geile Videos macht. Ihr habt 48 Stunden Zeit, ein Video zu drehen, in dem ihr alle nass werdet oder wir erwarten eine Einladung zum Grillen oder eine Spende an Paulinchen. Viel Spaß! Musik 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 Ő Bis zum nächsten Mal.